Hallo liebe Gitarrenfreunde, heute möchte ich euch mein neues Buch vorstellen, Come Back, eine prima Gitarrenschule für Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene. Dieses Buch, das macht da weiter, wo viele andere Anfänger Gitarrenschulen aufhören. Wenn meine Schüler ein getan Buch durchgearbeitet haben und so die Grundkenntnisse beherrschen, dann stehe ich oft vor dem Problem, welche Schule nehme ich jetzt. Bisher habe ich keine Schule gefunden, die einen roten Faden hat und die progressiv aufgebaut ist, also zumindest nicht im fortgeschrittenen Bereich. Ich hoffe jetzt mit diesem Buch, Come Back, diese Lücke zu schließen. Dieses Buch ist wirklich progressiv aufgebaut, also aufeinander aufbauend. Ihr lernt mit ansprechenden Übungen, Liedern und Stücken, euch im Gitarrenspiel weiterzuentwickeln. Ihr lernt die verschiedensten Techniken auf der Gitarre, wie zum Beispiel die Barré-Technik, da zeige ich euch, wie ihr das üben könnt. Bindungstechnik und Tremolo, um nur einige zu nennen, die wir hier drin lernen. Und ich zeige euch, wie man an ein unbekanntes Stück herangehen sollte, wie man das üben kann. Und das setzt natürlich voraus, dass ihr regelmäßig übt. Aber keine Angst, ich werde euch weiterhin auf YouTube mit Tipps und Tricks zu diesem Buch zur Seite stehen. Als Bonus habe ich dann am Ende des Buches noch die Stücke hineingebracht, die, wie ich denke, jeder Gitarrist irgendwann mal gespielt haben sollte. Wie zum Beispiel das berühmte Tremolo-Stück Alhambra von Francesco Tarrega oder das Präludium von Johann Sebastian Bach. Ja, also wer einen effektiven Weg gehen möchte, das Gitarrenspiel mit allen, all seinen Facetten zu lernen, ist mit diesem Buch bestens bedient. Ja, ihr könnt dieses Buch in unserem Webshop erwerben, für 23,95 Euro. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und würde mich freuen, von euch zu hören.